Moin Moin ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Wie heißt das hier? League of Legends, genau Wir spielen diesmal Team Ranked, ja, Turnier ist ein bisschen pausiert und so Und, ja, aber trotzdem machen wir geile Action Aber Toplane spielt wieder der David alias Hubi Hier als AD Carry der dämliche Kelpie, der immer am rumflamen ist Hier dann der Golo, der super Support Und in der Mitte haben wir uns den unfassbaren Carry geholt, ja, der wird halt alles wegficken wie sonst was Auf jeden Fall EFG Eclipse, ja, er ist einfach ein Tier, muss man ja mal wirklich so sagen Und natürlich, oh, die invaden Oh, ich geh weg Nimmt der Lappen jetzt echt auf Ja, ich nehme auf Nimmt den das auf Die glaubt mir nicht, ich glaub mir echt nicht, ich nehme das auf Ich nehme das auf Warum sollte er nicht aufnehmen? Ich hab gerade doch synchronisiert, ihr Affen Ich muss jetzt zum Red Buff Ich muss jetzt zum Red Buff laufen, weil die mich gecountert haben Die Affen, Arschlöcher, Ficker Pisser Ja, weißt du, boah, gestern war Weihnachtsfeier Ich hab jetzt hier voll Kopfschmerzen Dann haben die mich gezwungen, jetzt hier das Spiel zu machen Wir sind irgendwie bei unserem letzten Promo-Game Weil die gestern irgendwie gemacht haben Unser unfassbar geiles Team heißt übrigens The Elite of Saarland Ja, awesome Wer kam auf solche innovativen Ideen Ich weiß das gar nicht Wer kam auf die innovativen Ideen von euch? Äh, GOLO GOLO Super Super geil Ja, das war GOLO Ja, jetzt weiß ich Diesmal Max in Sao im Jungle Da hab ich mal gerade Bock Ich bin ja, ich werde immer genötigt, äh, zu, äh, Junglen Ich darf ja nicht was anderes spielen, weil ich ja überall woanders feede und kacke bin Und alter, das ist ne kleine Granate Das ist ein Päckchen Das ist ein Päckchen Granate Das sieht aus wie so ne kleine Granate Die der da rausballert Die werden immer da kommen, glaub ich So ein kleiner Sack Jay, hast gestern zu viel rumgetwürcht, oder was? Ja, auf jeden Fall Geht gar nicht, mein Kopf tut so mega weh Vom Turken, wie geht das? Ja, genau da Ähm, der UD hat einen Red Pod und ihn auch schon eingesetzt Jay Level 3 Top Gang sagst du, der UD hat mir auch... Kann ich nicht Ist schlecht, weil Die mich ja auf die Blue Buff Ich muss jetzt erst mal gleich zum Blue Buff laufen von uns Den haben die gemacht Ja, von denen Die Wichser Die Wichser Du kommst eh voll auf den Sack Schalt Ohhhh Weck mich, weck mich Komm, Hilfe, Hilfe Oh Gott, Udi Hilfe Oh Gott, Jay Wieso ist denn keiner da? Pass auf, Six, komm, geh weg, geh weg Nice Ich komm dir entgegen Wieso bist du denn nicht so schnell mehr entgegengekommen? Och Mann Pass auf, Udi, weg, weg, weg Oh, wie soll ich das machen, wenn du in der Jungle bist, Junge Junge Oh mein, Jay Ich hab doch, ich hab doch gesagt, ich geh da hin Was wollt ihr denn? Wie, warum? Ist ja nicht so, dass die viel schneller move'n können und alles Du musst doch nur follow'n, wenn der Udi weg ist Der war doch so viel länger da Eher als du Ach, weck mich Du weißt schon, dass ich dir gesagt hab, er hat Red Pod Und wir hat nur ein Flamen, ja, weißt, ja, blablabla Ja, siehste, so gehen die mit mir um, ey, so Mongos, ohne Scheiß Ja, siehste, du einer Oh, ich komm Botlane als Level 2, baust du das Scheiß, sie müssen mal Level 3 werden, sonst kannst dich vollknicken Ich muss Level 3 werden, muss fucking Level 3 werden, weißt du? David hat mein Spiel zerstört. Pick dich! Alter. Ich mein Gott, wie du Flames, das ist so geil. Ubi, beruhig mich bitte. Ne, das ist nicht gut für deinen... Ne, das ist nicht gut für deinen Ludruck. Ne, für deinen Ludruck. Was denn für ein Image? Keine Ahnung, das ist ein paar Fieder. Ich bin doch voll der Fieder, ich bin das doch schuld. Aber das müssen ja, weißt du, das schneide ich jetzt hier alles raus. Dann müssen die Zuschauer ja nicht wissen, weißt du? Ne, natürlich nicht. So, ich komm Botlane jetzt, hier töten wir die. Ja, der Blitzcrank hat ja Flash mehr. Man gehen wir da nicht auf den Blitzcrank, wenn er keinen Flash mehr hat. Weiß ich nicht, ich schade. Miss, miss, miss. Ich könnte irgendwas statt gebrauchen. Ich hab gegen den Udi jetzt gar keine Chance mehr. Er hatte einen Red Pot, das hätte ich auswarten können und dann ihn töten vielleicht. Ich hab hier Flash, Flash dann. Ich hab kein Mana. Oh, da ist ein Ward, da ist ein Ward drin. Six fehlt noch. Hintet den mal an, sind Schüsse. Oh, krank so. Was ist denn der Nauti los? In den hab ich glaub getötet. Ah. Das ist gut, dann kann ich ja mal eben ne Runde countern. Und dann wieder sterben. Ja, hier, ich hab aber ein Ward geplantet, ja? Also wenn der jetzt kommt, bin ich ja weg. So. Oh, Mann, ey. Da wirst du nur wieder geflamed von deinen Teamkameraden, ey. Was hab ich hier für einen Teamkameraden, echt? Wir machen ja mehr. Ja. Ah, nein. Das müsste er ja, weißt du, das Problem ist. Pass auf, pass auf. Six, stop. Oh, ist aber lieb. Boah, wir machen einen, ne? Ich kann dir nicht so ficken. Blue Buff, äh, beim Blue Buff, beim Geist, beim Größen. Hat die noch Barrier? Oh, Corona, ey. Scheiße. Ich glaub schon. Ich wollte Timo Jungle spielen, ich durfte nicht. Da wurde ich auch für hart geflamed. Hauptsächlich von Hubi. Eigentlich war es hauptsächlich Kelpie und ich meinte, nee, kann ich nicht. Boah, da haben wir wieder die Plays gesehen, ja. Einfach nur, wir lassen... Man muss ja auch sagen, weißt du, ich lass mich ja hier auch auf Diamant 1 hier hochcarryen von EFG Eclipse. Das ist total nett von dir, danke. Das ist super. Machen wir dann Season 4, ne? Natürlich. Wir hatten aber überlegt, jetzt bei der LCS anzufangen. Ihr beide. Ja, ja, siehe, wir machen das. Kein Ding. Wir suchen bloß noch einen neuen ADC. Ja. Und einen besseren Jungler und einen besseren Toplaner. Der Rest reicht. Und Quatsch, hier als Support natürlich auch noch, den hab ich ja ganz vergessen. Ja, ja. Der muss ausgewechselt werden. Die Mitte, die ist das Einzige, die wirklich LCS pro-like ist. Können wir sagen, was ihr wollt. So, jetzt hab ich aber Sam genug gelobt, das reicht. Reicht doch. Ja, er steht scheiße. Reicht wieder. Oh, ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit. Oh, ich komm mit, ich komm mit. Oh, ich komm mit, ich komm mit. Oh, ich komm mit, ich komm mit. Ich geh auf den Six. Oh, fail. Oh, wollte ich die überlassen, war ich so. Ja, ist super, danke. Ja, bist du wieder ein bisschen im Spiel? Aber ich war noch 15 Gold für den Wort. Ich hab ein Disconnect, alles klar. Ja, hier können wir aber keine Pause machen, du. Ja, das stimmt. Das ist das Schöne, weißt du, im Turnier mussten wir jetzt mal Pause machen. Jetzt halt mal, habt ihr mal ein richtiges Spiel ohne Pause. Das ist auch mal was. Awesomees. Genau, das war gerade hier. Ja, da kann er ja sein. Da, genau. Vielleicht wollen wir uns noch mal. Ja, okay, der geht weg. Ja, ja. Top, ich muss. In welcher Scherze bei meinem... Ja, ja, ich, ich, ich wurde mal hier schon mal, sicherheitshalber. Ne, der ist ja bei dir. Ich komm jetzt gleich top lane, wenn ich darf, ohne geflamed zu werden. Hm, Six fehlt. Ich darf jetzt nicht wiederlassen. Oh, Alter, was willst du denn? Oh, Six, äh, Six wird... LOL. 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 Da bin ich ja genau richtig auf die top lane gucken gegangen. Das war ja super. Alter, was war das? Ich konnte nicht hüpfen. Alter, was gibt's doch nicht. So, und da sehen wir mal den anderen Diamant-Spieler, wie er gerade Six tötet. Der eine Diamant-Spieler hat ja gerade richtig den Place rausgehauen, nochmal top lane. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Die haben den Timer dafür. Nein, der, da, David ist ja auch ein guter Spieler. Das war jetzt ja gerade nur total ärgerlich, dass ich halt da oben hingeguckt hab. Oh mein Gott, mir fehlt noch ein nix mehr. Ich mein, ich komm nicht in Range, Splash, dann extra und dann kann ich ihn irgendwie nicht... Ich hab ihn angeklickt, aber dann jump das Scheiß-Din nicht. Komm rein. Noch ein Hit? Ja, noch ein. Noch ein. Noch ein. Wir können die verhalten, aber auf wen, Jinx? Hast du's dann? Ich komm, ich komm Botlane, 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 ich komm Botlane. Six hat Ultine. Greif da auf. Fated, fightet sie. Auf, 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 auf wen? Auf ihn. Jinx. Ich kann nicht. Doch, ich kann. Six hat Ultine. Bei wem hat es gerade echt krass nachgeschaltet? Ich weiß es bei Sam, wie immer. Wenn er redet und Jay dann so schreit, dann ist das immer so. Ja, sorry. Haha, Sam. Ja. Läuft bei dir. Penner, ey. Simon und D3 wurden. So. Nautilus, Nautilus, Nautilus. Wir müssen uns auf einen fokussieren, wenn wir zu gangst und nicht auf zwei immer splitten. Ja, der Blitzcrank stand halt nur richtig außer Position. Der stand ja irgendwie da. Ja, aber Galo hat die Jingles gestanden. Und nicht geblitzt. Ich komm Toplane. Juhu. Ja, Nautilus. Hi. Ich glaub für dieses Spiel bin ich bei David unten durch, ey. Ich bin tot. So schnell bin ich jetzt aber nicht. Außer er bleibt da die Dumme los. Ich hab noch ne Schock sofort wieder Mainz dran. Er hat halt schon einen guten Lifestyle, aber du solltest ihn parken. Loll. Au, 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 au. Ist kein Problem. Hast du auch so gleich dein E wieder? Das krieg ich ja wohl noch hin mit einer E. Platz zu machen. Hast du schon noch eine Minute vor hierhin? Soll ich pushen oder soll ich Last Hiten nur? Last Hiten nur. Gut. Wow. Nicht mehr das kann ich. Ich hab so lange schon keinen Rangar mehr gespielt. Vor allem noch nie Full Tank. Neu. War das Mistclick oder war das Absicht? Ne, ne, es war Absicht. Ich werd jetzt weg. Die zwei Minions. WTF? Ja, ich dachte ja, komm auf. Ich hab nicht nach unten geguckt. Ich muss ja eh weggehen, also. Ist nix. Weiß einer, wo Nautilus ist? Ich glaub der ist irgendwo in der Mitte irgendwo. Jetzt wird er nicht so aggressiv stehen. Okay, Ude geht sofort auf Downblock. Oh, 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 oh. Der Spotline, Nautilus. Der ultimo ist auf. Also jetzt kommt Gragas und macht nen Triple Kill. Oh mein Gott. Und ich seh jetzt schon kommen. Und da, zack. Nummer eins geklaut. Da eben kurz die attackieren lassen. Wird du jetzt den Killern? Neu. Zack. Ah, hat leider die einer das überlebt, ne? Hey. Ja. Ich hab's nicht. Da echt mega gut gespielt. Ich kann versuchen, da mal hinzugehen, aber... Ist okay. Tötet ich? Der tötet mich doch bestimmt, oder? Nö, nö. Schau mal sein Mana. Er hat grad mal... Ach ja, okay. Er kann grad mal sein W einsetzen, dann ist er hoch. Dann geh ich voll auf ihn rauf. Warte ab, bis er sein W einsetzt. Mit dem. Ja, das ist natürlich blöd, dem Gragas jetzt in die Spur... Hahaha. Ist aber schön dem Gragas in die Hände gesprungen. Ja, holen wir. Ist ja dein Kill. Ich krieg den scheiß U-Din. Find ich ja. Ist das... Ist das... Oh weiss. Ich glaub ich muss nochmal Top-Lane schnell eine Kill abholen. Hast du's gesehen? Nö. Weiss gar nicht, ob ich richtig skille hier mit dem... Xinsau. Die E als erstes und dann die Q. Ja. Krass. Wie krass einfach mal Endy sofort ist. Ich glaub... Mh... Der Blitzcrank, der kam und ist einfach mal jetzt sowieso verstorrt. Nautilus Mitte. Ich will ja eigentlich nur fahren, aber der lässt. Ich will nicht. Aua, 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 aua. Sam, soll mal Mitte kommen, Mitte? Was? Nautilus kommt Richtung Top. Mhm. Haben wir schon gedacht. Sonst wäre... Lass mal Drake machen. Der Botter weißt du. Ich hab da keine Lust äh... Ich kann Drake fighten. Ja. Sack zu kriegen. Jaaa. Darf ich noch den Red Buff holen? Oder darf ich den nicht holen? Kannst du ihn holen. Ja, klar. Ja, bis dann sind wir... Rollover wirklich dahin. Stell den Twinket auf. Ja, ich kann ab dem Kortus stellen. Das meinte ich jetzt aber nicht, ne? Nautilus war gerade der am... Obwohl doch... Echt? Ja. Das meinte ich dann ein Kortus. Hm, Six fehlt. Oh, you're still. Six ist wieder in der Mitte. Oh, du schön machst du da. Ja. Das Geisterchen geholt. Die sind ich da. Jaaa. Ich hab irgendwie Fell geklickt. Fell geklickt auch noch im Shop. Das ist natürlich super. Du kannst die Kälter zurückgeben. Normalerweise hab ich ja immer das Golf von Silber oder so. Blue Waffe ist danach ab. Ich kann das Geld zurückgeben. Der ist Naut. Passt auf, lass euch nicht greppen. Dude, grepp ist raus. Was? 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 Ich hab was. Oh, mein Leben. Okay, hab ja meine Drachen noch gekriegt. Oh, wie ärgerlich. Boah. Was macht er denn? Ohhhh. Nein. Wie ärgerlich. Boah. Das war geil. Haben wir Dragon bekommen ja? Ja. Den haben wir nicht bekommen. Keinen Flash von Six. Wir brauchen einen besseren Fokus. Habt ihr gehört? Six hat keinen Flash. Schnell. Ja. Der macht meinen Blue Waffe, Jay. Geh mal schnell. Ja, ich, ich, schneller kann die nicht. Ja, keinen Stress. Schneller läuft der Chinese hier nicht. Der gelbe? Ne. Ja. Guck. Get him. Get him. Hey. Noll Jay. Noll. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Geh weg. Geh weg, geh weg. Agolo ist doch da. Ja, boah. Meher nicht. Hat sie ehrlich gerade den Blue Waffe bekommen? Hat sie keinen Smite? Äh, ich hab mich gerade ehrlich gesagt, ich war, ich war, ich war so geil erstmal auf, auf den, den zu töten. Oh, hallo. So. Komm, mach damage drauf. Kannst das nicht? Doch. Aber nur in die Q. Ja, Flash raus, sehr gut. Ist doch in Ordnung. Okay. David, ich komme mal. Reicht. Nautilus war hier. Macht der Red Buff? Ah, er macht Red Buff. Komm zu mir. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Wir kommen, wir kommen. Haben 10 Sekunden, Töberus. Soll ich drauf? Okay, ich geh drauf. Ja, geh, 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 geh. Nice. LoL, ich hab den echt bekommen? LoL! Oh mein Gott. Alter. Fick dich. Du stirbst noch, du scheiß Blitzcrank. Oh. Oh. Boah. Nice gedodged. Fuck. Ich hab den nicht mehr bekommen. Boah. Der Kelpie, ey. Der ist richtig am Tryhard heute. Kann auch richtig gut heute. Ist richtig gut. Ich hab da verkommen. Weil du jedes Mal, als du, als du, als ich da zugeguckt hatte, nicht gut gedodged bist und so. Keine Ahnung. Hättest mal vorhin zu gucken, was ich da einzigen eins gegen sechs gemacht habe. Boah. Ich hab gewartet, bis er seine Kurs hat. Da hat er mein E gemacht. Ja, langweilig ist auch nicht. Ja, warum? Wie wär der denn? 7-1-Sam. 0-2-Golo. 0-3-Golo. 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 Ich bin Supporter. 3-0-4-3. Oh, läuft. Ach, geh mal der Udi machen. Der Udi greift nicht an. Kommt. Achso, wir greifen den gar nicht an. Hallo? Geh weg, geh weg, geh weg. Wir sind alle da, ne? Also fast. Also ich rede noch. Unten ist noch die, da unten kommen die Carries. Unten die Carries. Oh mein Gott. Wir machen da mehr. Ja, ich kann auch nicht mehr. Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Nein! Jawoll! Das war gut, war geil. Vielleicht bin ich hart am Übersteuern die ganze Zeit. Ja, du bist so ein bisschen. Du bist so ein bisschen laut. Wie ich finde. Das war schön. Ich gebott. Ja, gut gespielt alle. Ich hab Blue-Buff. Nice. Wo hab ich denn den her? Oh, was für'n Loopt hier mal. Alle Fehler hier. Unglaublich. Was haben... Was haben... Die Gegner sind alle plati... Platin... Diamant... Und einer ist silberne. Ne, ich schnau' Platin. Oh... Platin... Hilfe... Hilfe... Äh... Gollu lass ihn mal anfeuern. Lass ihn mal anfeuern. Aaah! Man dreht er sich denn um. Na, guck mal die haben Schiss. Da geht schon gar nicht mehr. Der Six ist aber Diamant, ne? Also die haben 5 zu drauf. Der Six ist aber Diamant, ne? Ja, du bist ja gar nicht am zerficken. Ja, die haben 5 gegen die haben 1, ne? Ich glaube, die kommen alle Botlane. On my way, on my way. Hast du einen Gollolab, was dann auch? Ja, einen hätte ich, wenn ich meine eben auch. Die Botlane ist Botlane, also die ist hier. Die können auch noch nicht so was. Guck mal, perfekt vorbereiten. Alter, ohne Scheiß. Einfach nur... Ipisch. Ich komme hier auch drauf. Okay, ist tot. Ich komme Botlane. Und wieder der Kelpie ausgebrochen. Meine Fresse, ey. Komm, die Mama platt, oder? Der ist aber auf der Botlane die ganze Zeit im Hook vom Christian ausgebrochen. Ich komme. Oh mein Gott. Hattest du schon jetzt engaged? Ja. Wir kommen raus. Komm nicht, was? Alter, ohne Scheiß. Sind die hart am zerficken gerade. Richtig gut. Komm, er tanzt schon nur noch. Sehr trollt nur noch. Wir müssen das halt jetzt aber auch closen. Ja, ja. Wir müssen das jetzt auch durchziehen. Das ist wohl wahr. Sollen wir den... Tower dive! Oh. Zwei. Echt? Immer noch? Klar! Ja, go. Oh, dir... Nice ulti. Danke. Nice. Oh mein Gott. Alter, wir spielen so geil gerade. Aber nice tip ist echt. Jawohl. Surrender. Jawohl! 20 Minuten. Ja. Mal wieder eine kurze Folge, aber bedankt fürs Zusehen. Äh, schreibt es in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Ciao.